Automatisch fühlen, worauf es ankommt. Ich bin Ludwig. Ein Einschraubwiderstandsthermometer. Ich sehe vielleicht besser aus als meine Kollegen aus dem Bereich der digitalen Temperaturmesstechnik, aber so unscheinbar sie auch aussehen mögen. Was sie leisten, ist enorm. Die zunehmende Automatisierung in einer hochtechnisierten Welt erfordert digitale Messtechnik für den Maschinen, Anlagen und Apparatebau. Exaktes Messen ist ein elementarer Bestandteil der industriellen Verfahrens- und Qualitätssicherung. Nur so sind nationale und international standardisierte Normen einzuhalten. Mit den digitalen und elektronischen Messinstrumenten von LSW sorgen wir für die erforderliche Präzision bei allen Prozessen, die automatisiert ablaufen sollen und eine ganz bestimmte Temperatur erfordern. Unsere Produkte werden vom Schornsteinfeger bis hin zur Schwerindustrie benötigt und erfolgreich eingesetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Unsere Thermoelemente und Widerstandsthermometer gewährleisten zuverlässig die unterschiedlichsten Temperaturprozesse. Bei uns bekommt jeder Kunde seine individuelle Lösung, von der Einzelanfertigung bis zur Großserie. Mit unserem hauseigenen DAX-Kalibrierlabor dokumentieren und zertifizieren wir auf höchstem technischen Niveau die Präzision unserer Produkte. Wir bürgen für höchste Standards bei der Messgenauigkeit von Temperatur nach nationalen und internationalen Normen. Bei uns ist alles made in Germany und zu 100% geprüft im eigenen Haus. Seit über 25 Jahren zeigt sich hier besonders die Innovationskraft des über 100-jährigen Unternehmens LSW. Wir haben ein sehr großes Produktportfolio und liefern zuverlässig weltweit just in time. Wenn Sie elektrische Temperatursensoren und Messtechnik brauchen, dann haben wir, was Sie wollen. Wir fühlen automatisch, worauf es ankommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017